Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zu unserem Geburtstag von Wie krass bist du denn? Oder unserem, eigentlich ja sein Geburtstag. Geburtsstunde. Geburtsstunde, ja, Geburtstag ist fast nicht. Hier oben seht ihr das Plakat. Da in ganz groß so. Ihr kennt das, ne? Wir nehmen gerade auch schon der nächste. Die nächste, Alexa, unsere Moderatorin. Ja, hallo, hab ich schon. Hallo. Grüß dich, hallo. Ja, wir gehen natürlich jetzt einmal mit euch rein. Es ist noch zwei, drei Stunden vor der Show jetzt. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen können wir euch noch mal ein bisschen was zeigen. Und der liebe Juan, der wird bestimmt noch die ein oder anderen Worte an euch richten. Und wir gehen jetzt zusammen rein und schauen mal, wie es aufgebaut ist. Sehr gut, dann komm mal mit hierher. Danke. So, hier wird schon fleißig an der Gästenliste und dem Eintritt gearbeitet. Alle da? Super. So, dann komm mal rein. Unsere schöne Fotowand. Einmal, warte mal, Horst, der wichtigste Mann hier. Ihm gehört der ganze Schuppen hier. Ja, ja. Super, geil. Wird cool, Leute, ne? So. Super. Unsere Fotowand. Hier werden ein paar Fotos gemacht, nicht wahr? Cool. Komm mal rein. Die Tische stehen noch nicht. Alles noch nicht fertig. Die letzten Proben hier noch am Start. Jetzt ein Proben am Start. Jetzt werden die Tische gerichtet. Ja, da wird schon fleißig geprobt. Mann, erzähl mal. So ein bisschen aufgeregt, so? Bist du auch schon, oder? Ja, naja, ist die Geburtsstunde meines Babys, wie gesagt, ne? Ich freue mich aber, dass ich so viele Geburtshelfer heute da hab. Die Bude ist so gut wie ausverkauft. Volle Hüttel, würde ich sagen, ne? Jury ist geil. Kandidaten haben wir gestern schon alle gecheckt. Die sind alle Bombe. Freuen wir uns richtig. Jury sitzt da vorne. Haben wir auch schön hergerichtet. Genau. Oben ist voll. Unten ist voll. Genau. Alles voll. Ja, mal schauen. Es kann eine ganz suche Geburt werden. So, oh, wie krass bist du denn? Oh, deine schwere Geburt. Oh, wie krass bist du denn? Ja, wollen wir mal schauen. Egal, was am Ende dabei rauskommt. Das ist auf jeden Fall ein Wunschkind entstanden aus Liebe. Liebe zur Kunst. Und das spürt man hier bestimmt auch nachher. Die Vibes. Also alles sehr cool. Freue mich schon mega. Mal gucken, was das für eine Geburt wird. Nicht wahr? Ja, absolut. Du bist dabei. Hältst alles fest. Ich schwöre dir. Das Publikum. Der Saal wird voll werden. Da gehen wir ja nicht nur von aus. Das wissen wir einfach. Unten ist voll. Oben ist auch so gut wie voll. Die Stimmung wird geil sein. Und wir werden natürlich auch so ein bisschen hinter den Kulissen unterwegs sein. Mal ein bisschen Leute interviewen. Natürlich auch die Protagonisten von der Bühne mal so ein bisschen interviewen. Und das wird geil. Das wird geil. Das wird geil. Das wird krass auf jeden Fall. Ja man. Also vor allem ist ja nicht so. Ich finde die Moderatoren sind alle ganz gelassen. Vorne Horst ist ganz entspannt. Nur ich bin so aufgeregt. Für mich ist ja das erste Mal quasi. Also mal gucken. Lass mich. Wir werden nachher noch ein bisschen meditieren. Noch ein bisschen runter kommen. Und dann passt das. Absolut. Also wir gehen noch ein bisschen rum. Wir machen noch ein paar Bilder. Ein paar Aufnahmen. Und dann wünschen wir euch natürlich viel Spaß. Und wenn das Video da draußen ist. Mit der Show. Und ja. Wir schauen mal was wir noch für Eindrücke so mitnehmen können. Ich denke. Ich denke. Vielen Dank.